Die Indizes am Nachmittag müssen wir uns natürlich mal angucken. Ich denke, wir fangen mal gleich mit den Amerikanern an. Den DAX gucken wir uns dann gegen Ende natürlich trotzdem nochmal an. Und ich möchte durchaus im kurzfristigen Bild bleiben, denn das sieht gar nicht so uninteressant aus. Die letzte Bewegung, die wir seit dem Tief hatten, und zwar seit dem Tief gestern, ist ja sehr stark nach oben gegangen. So weit die letzte starke Bewegungsrichtung, wenn man sich das mal hier so im 5-Minuten-Chart anguckt. Ich kann es auch mal groß machen, dann sieht man es ein bisschen besser. Also seit dem gestrigen Tief, was wir gestern im Laufe des Abends dann hatten, ist der Kurs sehr stark nach oben gegangen. Ob jetzt bis dahin oder ob noch bis hier, wie auch immer, aber auf jeden Fall nach oben. Und wir sind jetzt im Moment in einer Abwärtsbewegung. Aber diese Abwärtsbewegung ist, soweit wir das jetzt im Moment sehen können, eben nicht besonders stark. Sie ist hängend. Das sieht typisch korrektiv aus. Das lässt nicht vermuten, dass wir eine realistische Chance haben, dass da noch mehr kommt. Dass wir irgendwann hier oben in diesen Bereich da auf jeden Fall noch mal reinlaufen. Vielleicht sogar richtig weit, dass es noch weiter läuft. Das ist nicht ausgeschlossen, aber zumindest mal das, was wir hier vorne haben, irgendwie sich da hinten noch mal anschließt. Und ich sage bewusst irgendwie, denn die alles entscheidende Frage ist ja jetzt, geht das sofort los oder geht es nicht sofort los? Und tatsächlich haben wir jetzt ein letztes Tief hier gehabt. Das war jetzt heute gegen die Mittagszeit und im Moment ja die Aufwärtsbewegung. Vielleicht hier jetzt gerade auf einer noch kleineren Ebene eine Pause. Also es besteht schon durchaus die Chance, dass der Kurs quasi jetzt auf dem Weg ist, sich weiter nach oben da fortzusetzen. Also dann sprich das, was wir hier haben, da hinten noch mal anzuschließen. Ich bin also eher positiv gestimmt, was die Bewegungsrichtung angeht. Zumindest mal vorläufig. Aber ihr seht schon, dass ich das irgendwie auf diesen Bereich in irgendeiner Form begrenze. Also nicht sicher bin, ob das noch wirklich weiter geht. Denn wir dürfen nicht vergessen, die letzte starke Bewegung hier war eine Abwärtsrichtung. Also wir wissen ja, dass wir sowieso gerne in diese Box reinlaufen und jetzt können wir mal folgendes miteinander verbinden. Das machen wir mal auf einer etwas kleineren Ebene und machen wir jetzt mal nicht beim Dow Jones, sondern von mir aus bei irgendeinem anderen Index. Sei es der S&P, der grundsätzlich genauso läuft oder der Nasdaq, der ebenfalls genauso läuft. Das spielt dabei eigentlich gar nicht die ganz große Rolle. Wenn ich mir jetzt so eine Bewegung vorstelle, die wir jetzt hier haben, ich gehe jetzt mal bewusst auf den 4-Stunden-Shart. Das ist das, was wir uns eben angeguckt hatten beim Dow Jones, was ja im Prinzip so in etwa aussah, ganz grob in dieser Art. Und wo wir gesagt haben, naja, ein bisschen nach oben geht ja. Und wenn wir uns jetzt diese große Bewegung angucken, die wir jetzt hier als Abwärtsbewegung haben, dann müssen, können, dürfen wir ja immer damit rechnen, dass wir früher oder später mal irgendwie in diese Zone eben reinkommen. Das heißt, das, was wir auch immer hier unten bekommen, hat zumindest mal eine Chance, bis hier irgendwie hinzureichen. Vielleicht eben auch in so einer Bewegung, möglicherweise wird die auch ein bisschen länger sein, vielleicht wird die Form auch noch ein bisschen anders sein. Eine klassische Form sollte idealerweise korrektiv sein, wenn es dann nachher nach unten gehen soll. So, und jetzt ist das, wieso soll es nach unten gehen? Das soll doch gar nicht. Richtig, wir als Händler machen dem Markt keine Vorgaben. Wir haben keine Wünsche, ob es hoch oder runter geht. Das interessiert uns nicht, haben wir keine Meinung dazu als Händler. Als Händler bin ich nur an der Bewegung nackig interessiert. So, das heißt, wenn wir jetzt einen positiven Einfluss bekommen, dann läuft es vielleicht auch noch weiter nach oben. Allerdings sehen wir dann, wenn wir hier drüber hinausgehen, sinken die Wahrscheinlichkeit für hier unten. Das heißt, selbst wenn es mal runterkommt, ist es im Anschluss eher mit einer Fortsetzung wieder zu rechnen in diesem Fall. So, bleiben wir in dieser Kiste, also hier, und das Ganze auf einer möglichst irgendwie A, B, C Bewegungswelle oder Korrektiv. Das kann natürlich auch irgendwie so aussehen. Ist die bessere Voraussage, dass wenn das zu Ende ist, wir tatsächlich diese Abwärtstrendbewegung nochmal eben fortsetzen und dann eben das Ganze fortsetzen auf der Abwärtsseite mit tieferen Tiefs. Über die habe ich ja im übergeordneten Beispiel schon gesprochen. Also, das Ganze ist vorläufig, also diese Aufwärtsbewegung getragen auch noch durch das größere Bild. Das heißt, egal ob wir jetzt hier das beim Nasdaq angucken, ob es beim S&P angucken, wir haben eine sehr realistische Chance, dass wir auch hier ja in diese klassische Korrekturzone da oben erstmal reinlaufen. Bis dahin haben wir ja sowieso das sozusagen Platzet beider Seiten. Die Bullen, die sagen, ja bis dahin geht es ja sowieso, aber selbst der bärische Markt würde eine Bewegung bis dahin ja ohne weiteres nicht konterkarieren, in dem Sinne, dass er sagt, das ist völlig unmöglich. Also haben wir mal so eine vorrangige Zielrichtung, dass eine Bewegung, die sich jetzt hier fortsetzt, ungefähr in den Bereich reingeht, wer es nicht genau erkennen kann, 4.275 ist die Unterseite der Fibonacci. Es darf ein bisschen tiefer sein, aber irgendwo in die Box. Ich mache mal ganz grob so zwischen 4.275 bis ungefähr 4.425, irgendwie sowas in dieser ganz groben Richtung, wäre das eine ganz gute Zielrichtung, vielleicht auch 4.250. Also die Freigabe für Long haben wir durchaus gegeben. Jetzt müssen wir mal hier gucken, ob wir das bekommen. Tatsächlich werden wir das Video jetzt hier gerade machen. Fängt der Kurs ja schon an, sich so ein bisschen hier nach oben zu entwickeln und die Voraussetzung eigentlich für vorläufig nochmal steigende Kurse scheint ganz gut zu sein. So, damit haben wir die Freigabe. Wie können wir das Ganze jetzt handeln? Naja, wir sind auf der Suche tendenziell für die Long-Seite und es ist durchaus clever, wenn wir einsteigen wollen, dann gewisse Korrekturmuster eben abzuwarten. Das heißt, wenn wir eben eine starke Bewegungsrichtung haben, sobald es wieder wackelt, dann in die Richtung. Wackelt ist immer synonym für entweder wie wild hin und her, korrektiv oder eben auch gerne dreiwellig. Also es geht natürlich in beide Richtungen, dass wenn wir dann auf der entsprechenden anderen Seite triggern, dass es dann eben weitergeht. Das ist hier ebenfalls durchaus realistisch, dass wir hier Fortsetzungen eben in diese Richtung kriegen, mit Freigabe ungefähr in diese Zone da oben rein. Das ist, das muss ich dazu sagen, natürlich kein Must-Have. Das ist nicht so von wegen, siehst du, und genau so wird es jetzt kommen, das könnt ihr Haus, Hof und Oma drauf verfetten. Das ist nicht die Aufgabe eines Händlers, aber es ist das, sagen wir mal, vorrangige Bild aus der aktuellen Sicht. Und dementsprechend ist die Long-Seite gut. Das heißt, kann ich jetzt dann doch eigentlich jetzt, ach, warum soll ich auf einen Rücksetzer warten? Kann ich da nicht blindlings Long gehen? Er hat doch eh gesagt, dass es nach oben geht. Theoretisch schon, aber ihr müsst immer damit rechnen, dass diese Korrektur ja auch unter Umständen ein bisschen komplexere Formen annimmt und anschließend erst nach oben geht. Und wenn ihr dann sagt, so einen Rücksetzer fändet ihr unangenehm, dann darf das natürlich nicht sein. Denn das können wir letztlich nicht ausschließen. Auch das ist eine normale ABC-Korrekturform, die dann nachher eben nochmal nach oben geht. Also wundern würde ich mich darüber nicht. Darüber würde ich mich auch deshalb nicht wundern, da wir schon dreiwellig runtergehen. Auch das ja ganz schön korrektiv aussieht. Und ihr wisst, dreiwellig runter, dreiwellig hoch, nochmal einen Schub runter. Das ist die klassische Flat-Korrektur, die in 50% der Fälle aller Korrekturen vorkommt. Die meisten von euch erinnern sich, dass ich das schon so häufig vorgestellt habe. Ich will es nicht nochmal im Detail erklären. Aber das ist etwas, was sehr typisch ist. Und das ist der Grund. Wenn das hier wirklich der Fall ist, dann sollte dieses letzte Teilstück recht dynamisch nach unten gehen. Und eben nicht korrektiv. Sprich, wenn es korrektiv geht und dann die Zwischenhochs getriggert werden, dann könnt ihr sagen, naja, das wird wohl nicht dieses Fallbeispiel sein, sondern das wird das mit der Fortsetzung nach oben eben sein. Wenn der aber steil nach unten geht und höchstens mal nach oben wackelt, dann wüsst ihr, naja, das mit nach oben ist im Moment noch nichts. Sondern wir gehen erst noch unten. Und dann haben wir später vielleicht nochmal die Chance, da auf die Long-Seite zu wechseln. Also im Moment würde ich sagen, wir haben eine ganz gute Chance für zumindest mal so ein bisschen eine Zwischen-Long-Position. Achtet aber darauf, auch in dieser Situation auf wackelige Rücksetzer, die das Ganze nochmal deutlich bestätigen würden. Gucken wir auf den DAX, dann sehen wir ein Bild, das sich gegenüber gestern kaum verändert hat, außer dass dieser Schwurbel hinten rangekommen ist. Das ist etwas, was im Moment sehr korrektiv ist und wahrscheinlich das widerspiegelt, wie die Marktteilnehmer ticken. Nämlich, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Ich persönlich auch nicht so sehr, wenn ich das Ding angucke. Ich halte zwar nach wie vor das Aufwärtsbild für gar nicht so schlecht nach dieser Vorgabe, die wir hier hatten. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir sogar vorher nochmal einmal runtergehen und anschließend erst nach oben gehen. Auch dann wäre das eine dreiwellige Korrektur. Jetzt hier in diesem Moment long zu gehen, ich weiß nicht, ich finde das nicht so gut. Malt mal einfach mit dem Finger das nach und dann guckt mal, wie viele Kursüberschneidungen ihr hier habt. Das finde ich nicht so toll. Trotz alledem, wer möchte, kann natürlich auf den kleinen Zeitebenen schauen, egal auf welcher Zeitebene ihr das jetzt guckt, ob wir irgendwo eine scharfe Bewegung haben, die gefolgt wird von der Korrektur. Nur das, was wir hier im Moment jetzt hier sehen, in diesem Chart-Ausschnitt, ist halt irgendwie sehr korrektiv in dem Moment nach oben. Also den DAX finde ich, was das angeht, nicht so toll. Insgesamt allerdings muss man zusammenfassen, alle Indizes hängen so ein bisschen in so einem Korrekturmuster fest. Das heißt, das ganz tolle, das ganz klare Bild, das ich eigentlich am liebsten handele, haben wir in keinem dieser Szenarien. Aber trotz alledem zumindest mal etwas, was man im Auge behalten sollte. Und es gilt nach wie vor die Regel, die dynamische Richtung sehen, die wackelige Gegenbewegung abwarten und anschließend den Ausbruch über der Korrektur dann über das Zwischenhoch dann eben nutzen für den Trading-Einstieg. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.